Außerdem, lieber Chad, interessiert mich das Hygienekonzept. Ich komme völlig verschwitzt in diesen Stuhl rein. Und hoffe, dass ich das damit eigentlich nicht entwertet habe. Vielleicht können wir runterhandeln auf so 10% des Preises, weil es ist schon völlig vollgeschwitzt. Er ist einfach bei den Händen gerade angenehm. Jetzt fixiert er wirklich beide. Also er drückt auch beide mit diesen komischen, beweglichen Schaumstoffdingern da so drauf. Ja, jetzt geht er auf den Unterrücken, Baby. So, so nicht anders. Ja, da über den Arsch. Ja, genau. So ist er fein. Ja, so investiere ich auch gerne 15k. Guck mal, er geht sogar an den Arsch. Guck mal, er fährt zu. Er fährt hier gerade. Guck mal, er ballert auf den Arsch drauf. Er ballert auf den Arsch. TwitchCon, er ballert auf den Arsch drauf. Lustig, dass die sich das trauen. Ich dachte, Massagestühle dürfen sowas nicht, wegen sexuellen Belästigungen oder so. Er ballert wohl unten auf den Arsch hier rein.